Potsdam blüht auf, mitten im Frühling. Doch daran können sich längst nicht alle erfreuen. Ines Nobis muss in diesen Tagen ständig niesen. Ihre Nase ist verstopft und ihre Augen Tränen. Der Verdacht einer Allergie liegt nah. Man sollte dann zunächst mal vielleicht den Hausarzt aufsuchen, dass der zunächst andere Erkrankungen ausschließt. Und wenn er der Meinung ist, es könnte eine Allergie sein, den Patienten zu einem Arzt schickt, der eben allergologisch tätig ist. Der Hausarzt von Ines Nobis hat die 48-Jährige zu Dr. Gajani überwiesen. Der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde führt erst einmal ein kurzes Gespräch, um mehr über die Symptome zu erfahren. Denn es gibt relativ eindeutige Anzeichen für eine Allergie. Zum Beispiel eben eine laufende Nase, ein sogenannter Vlies-Schnupfen. Das heißt, dass die Nase permanent in größeren Mengen wässriges, klares Sekret produziert. Die Nase schwillt innen drin an, ist verstopft. Das heißt, es gibt eine Nasenatmungsbehinderung. Die Patienten kriegen vielleicht eine Augenrötung, brennende Augen, Fremdkörpergefühl in den Augen bis hin zur Luftnot, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist da irgendwas in Richtung Asthma. Bei Verdacht auf eine Allergie können Mediziner mithilfe eines Sprigg-Tests herausfinden, welche Substanzen die Symptome hervorrufen. Die häufigsten allergieauslösenden Stoffe werden in Tropfenform auf die Innenseite des Unterarms aufgetragen. Mithilfe einer feinen Lanzette oder Nadel wird die Haut oberflächlich eingestochen, was in der Regel keine Schmerzen verursacht. Reagiert der Patient auf eines der Allergene, kommt es im entsprechenden Bereich nach 5 bis 60 Minuten zu Rötungen und Juckreins. Ist dann die allergieauslösende Ursache erst einmal ermittelt, kann sie in vielen Fällen auch therapiert werden. Die Heilungschancen sind, was gängige Allergene anbetrifft, also zum Beispiel Frühblüherallergien, Gräserpollenallergien, Getreideallergien, Hausstaubmilben. Wespen, Bienengift, Allergien, gut therapierbar. Es sind Birkenpollen, die Ines Nobis zu schaffen machen. Dr. Gajani empfiehlt ihr die entsprechenden Medikamente und gibt Hinweise zur Dosierung. Bereits wenige Tage später kann die 48-Jährige wieder frei durchatmen und den Frühling in Potsdam unbeschwert genießen.